Sandro Eschlimann, 2 zu 1 heute Abend gegen Raperswilie. Ohne besten Mann auf dem Eis gefeiert von den Fans. Ist alles gut gelaufen? Ich glaube, der beste Mann ist etwas übertrieben. Ich glaube, er hat aus der Mannschaft sehr gut gespielt. Der Defensiv ist sehr solid und hat vorne den Gold geschlossen, den er gebraucht hat. Und am Schluss, glaube ich, verdient hier als Sieger vom Eis gegangen. In Bern haben Sie den Match gewonnen, nachdem Sie spät ausgleichen. Heute haben Sie ihn gekehrt. Ist das im Moment Stärke von Ihrer Mannschaft vom HC Davos? Ich glaube, unsere Mannschaft geht nie auf. Sie gibt immer 60, 65 Minuten. Von daher, ja, ich glaube, wir geben uns immer eine Chance, zum Punkt zu holen. Und das ist jetzt das Wochenende gut gelungen. Jetzt haben Sie eine sehr intensive Zeit, auch mit der Champions League. Jetzt wird es ein bisschen besser. Kommt das auch entgegen? Ich glaube, wir lieben das, was wir hier machen. Wir lieben Hockey spielen. Und jeder Match, den man spielen kann, ist eigentlich wunderschön. Ja, sicher streng, aber es ist jetzt trotzdem schön. Danke vielmal. Danke vielmal. Ciao.